Jetzt wollen wir den Jäger treffen. Treffen sich zwei Jäger. Fuck, bin tot. Da siehst du den Hupfer. Oh, wie sie mich angeguckt hat, Alter. Was? Stirbst du jetzt mal, Alter? Was ist denn da los jetzt? Die Jäger. So warte mal kurz, wo geh'n wir hin? Segemühlau Boah, alter Scheiß, ich lieg'n Schlappe, wo ist die Generator auf der Kopf? Ah, hier. Ah. Ja, Fettsack. Aber jetzt, jetzt hat er's kapiert. Die Zucht? Mhm. Oh, hier ist ein Fettsack. Alice Farm schießt er, oder? Oh. Oh. Alter. Ey, ich dachte, er lebt noch. Alter, später hab ich mich jetzt erschrocken. Da ist die Spinne drin, Alter. Ja. Wollen wir uns auf die Lauer legen? Ja. Dann legen wir uns mal schön auf die Lauer hier. Das ist eine Volle, cool. Hier oben kann ich schön runter schießen. Bist du noch eine Volle dran? Nee. Ich bin noch mal. Die macht doch schon einer da drin, oder? Jedes Mal nach und rechts. Alice Farm ist das. Aber was schießen die dort, wenn die Spinne hier ist? Was? Und wenn sie Jäger treffen? Treffen sich zwei Jäger. Beide tot. Boah. Ich stehe jetzt richtig wirst du hier. Ich sehe es. Warum machst du sowas? Weil hier oben die Tür offen ist, super. Jetzt reicht es ihm da drin. Jetzt wollen wir es langsam langsam. Oder wollen wir rein? Schießt du? Fuck! Ich bin tot. Der zweite ist raus. Mist. Wir haben aber ein paar Mal getroffen. Hupfer. Da siehst du den Hupfer. Wo ist er? Schwarz ist es weißes Hemd. Was ist er? Komm rein! Perfekt. Danke. Danke. Ich muss mich erst mal heilen, Alter. Ich muss mich erst mal heilen. Der war gut, danke. Bitte, bitte. Garten geschehen. Ich habe keine Ahnung, wo der gerade hergekommen ist. Der andere ist aber noch drin, oder? Mhm. Wo ist der Typ? Wo ist er? Was hat er für eine Waffe? Windbild. Oh, okay. Oh, 50 Dollar. Das ist gut. So. Jetzt können wir uns einen Kumpel holen, oder? Oh. Oh. Soll ich mich von der anderen Seite hoch machen? Die hat noch fast keinen Schaden. Das war er. Er alleine, meinst du? Die hat noch fast keinen Schaden. Ja. Dann hole ich mir meine Axt, dann schlage ich sie tot. Ja. Ach, hier ist einer. Willst du auch einer? Hast du zwei? Dann warte hier. Ich schmeiße dir die hin. Ich hole mir meine von da hinten aus dem Schuppen. Aus der so unten. Wo bist du? Wo bist du? Ich schaue mir kurz nach unten. Da bin ich noch alles. Ne? Die will mich umrennen, Alter. Ich muss nichts passieren. Was ist denn los? Ich bin gerade aus dem Spielen, das ist Klochen. Was? Ich kann dich nicht mal retten, Alter, weil ich... Ich muss mal kurz rüber ein Medipack holen. Auf jeden Fall bin ich nachhaltig gut. Da draußen gibt es ein Medipack. In dem kleinen Schuppen. Alter Tür zu mir. So weiter geht's. Ach, hier oben ist auch ein Medipack. Mist hier. Oh, sie will mich schon mal umbringen, Alter. Ich brauch schon wieder ein Medipack. Mann, das dumme Schwein. Jetzt wird wieder ein Medipack. Wir haben die Geräusche. Oh mein Gott, du kannst du? Oh mein Gott, du kannst du? Oh mein Gott, du kannst du? Ja, ich kenne. Oh mein Gott, du kannst du? Oh mein Gott, du kannst du? Pass durch! Pass durch! Ey! Du Mist! Stirbst du jetzt? Oh, wie sie mich angeguckt hat, Alter! Was? Stirbst du jetzt mal, Alter? Was ist denn da los jetzt? Draußen war noch nie die Kippel. Die ist verpackt, Alter! Die ist gut! Alter, guck dir das an! Die will nicht sterben! Wir können sie nicht verbannen, Alter! Was ist denn das für ein Mist? Ah, sehr gut! Okay, ich hab, komm! So, dann wollen wir mal, hä? Oh! Okay, Richtung 2! Okay! Okay! Wir leuchten doch sowieso! Oh! Okay! Frei! Was war das? Okay! 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 So! Als etwas war das zu viel, Alter! Oh, Alter, fast Level 24. Oh, Alter, fast Level 24.